Fashion People und alle, die es noch werden wollen, hallo, hallo, mein Name ist Gabriel Baradet und ich bin Modedesigner des Labels Chaké in Wien und ich bin wieder mal live für euch hier aus dem Chaké Design Store in Wien. So, worum geht's heute? Ihr wisst ja, bei mir am Channel geht's ja so um Kreativität, Mode-Business, Fashion-Design und so weiter und heute eine kleine Book-Review, eine kleine Miniserie, wenn man so will, ich liebe die Miniserien übrigens, zum Thema eines Buches, das ich gerade, das habe ich empfohlen bekommen von einer sehr lieben Freundin und ich mache das jetzt auch ganz akribisch und zwar ist es dieses Buch, The Artist's Way, mit dem Untertitel A Spiritual Path to Higher Creativity. Das ist von Julia Cameron, Link wie immer in der Description-Box drunter und es ist ein Affiliate-Link, natürlich könnt ihr das über diesen Link bestellen, aber ihr müsst es natürlich nicht, ich bin da ganz transparent. So, worum geht's hier in diesem Buch? Das werde ich euch gleich verraten, also stay tuned. Und wie immer wäre ich hier total falsch, wenn ich nicht sagen würde, liked, shared oder kommentiert, kommentiert, kommentiert. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Fragt mich alles, was ihr wissen wollt zum Thema Mode-Design. Ich bin der für euch, also let's go. So, also dieses Buch, The Artist's Way, es geht in diesem Buch mehr darum, so eine, also viele, also sie beschreibt da ganz genau drin, dass viele das nutzen, um ihre Kreativität zu entdecken oder Blockaden zu lösen auch, was ich sehr spannend finde. Auch wenn man jetzt sich als den kreativsten Menschen der Welt bezeichnet manchmal, also mir geht es zum Beispiel so nach fast 15 Jahren Modedesign und 14 Jahren Selbstständigkeit, über 14 Jahren, kommt man mal in einen Punkt, da denkt man sich, hm, ihr habt das schon alles irgendwie schon mal gemacht. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt gerade ein super, vor so einem Jubiläumsjahr, nächstes Jahr ist mein 15-jähriges Jubiläumsjahr, dass man da noch einmal, weiß ich nicht, sich neu aufstellt und neu entdeckt und neugierig ist und so weiter. Deshalb ist dieses Buch jetzt gerade ganz lustig, dass das gerade in diesem Abschnitt meines Lebens zu mir führt, zu mir gekommen ist oder sich, ja, den Weg zu mir gefunden hat, so muss man es sagen. Und ich bin super gespannt, wohin die Reise geht. Ich mache es so, also es ist so ein 12-Wochen-Kurs, es ist wie so ein Arbeitsbuch. Ich habe mir immer so die Wochen markiert, ich lese immer, ein Kapitel ist, muss man pro Woche lesen und dann sind so Übungen, die man in dieser Woche macht. Das sind total verschiedene Übungen und bevor wir jetzt noch ein bisschen näher auf diese Übungen eingehen, möchte ich generell über das Buch noch was sagen. Sie beschreibt darin, Julia Cameron, wie man sozusagen, also ich finde, wie man so seine Kreativität entfesselt, wie man Blockaden löst oder wie man überhaupt zu kreativen Schaffensprozessen kommt. Also es werden dir jetzt keine speziellen Fähigkeiten an die Hand gegeben, aber sie gibt dir zwei Basic Tools oder Basic Principles an die Hand, die super interessant sind. Und das ist zum einen die Morning Pages. Da schreibst du eigentlich jeden Morgen als allererstes nach dem Aufstehen, bei mir gibt es Kaffee dazu, natürlich, was dir so in den Sinn kommt. Das kann ganz, bei mir ist das super unterschiedlich. Manchmal ist es so, dass ich über irgendwelche Problemstellungen nachdenke, manchmal ist es aber auch nur, dass ich mich darüber freue, dass mein Ahorn auf dem Balkon gerade sehr hübsche rote Blätter trägt. Also es ist super witzig, was einem so in den Kopf kommt und man ordnet, also ich ordne auch irgendwie so ein bisschen meinen Geist. Ich mache da auch gleichzeitig ein paar Affirmationen rein. Für alle, die das Thema Affirmationen noch nicht kennen, es gibt ein Video, auch bei meinem Channel, wo ich mich auch schon ein bisschen mit dem Thema Affirmationen beschäftigt habe. Sehr powerful und sehr tolles Tool, wie ich meine. Und das Zweite ist das Artist State. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu beschreiben, das ist eigentlich so ein bisschen Zeit für dich selber. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt genau benennen soll. Es ist einfach, mach irgendwas, um dir selber was Gutes zu tun. Ich habe da am Anfang extrem drüber nachgedacht und habe mir gedacht, oh, es muss irgendwas ganz Tolles oder ich muss jetzt ins Museum gehen und da irgendwie stundenlang vor einem Bild sitzen oder so. Aber es sind auch so Kleinigkeiten. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, weiß ich nicht, es muss auch gar nicht so lang sein, finde ich, eine Gesichtsmaske zu machen oder so. Also irgendwas, was einem halt gut tut, was man gerne mag. Also bei mir ist es halt viel mit ins Museum gehen zu tun oder in die Bücherei gehen oder so irgendwas. Und das sind so diese zwei Dinge, die man während des ganzen Kurses, ein Artist State pro Woche, sie sagt dann auch bei Woche, ich glaube vier, ich bin mir ganz sicher, dass man eine verlängerte Auszeit nehmen soll, wie so ein kleines Wochenende für sich selber. Das fand ich jetzt schwierig umzusetzen, das habe ich auch nicht ganz so gemacht. Aber sonst habe ich jede Task, es gibt dann jede Woche eben, wie ich schon gesagt habe, zwölf Wochenprogramm, immer so Tasks, die sie nennt, die man machen soll. Ich schreibe mir immer kleine Post-its pro Woche. Und ja, es ist teilweise, ist es wirklich anstrengend, weil es sind schon viele Dinge und ich versuche ja wirklich jede Übung zu machen. Teilweise sitze ich auch da und denke mir, oh, jetzt nochmal ein bisschen schreiben. Oder zum Beispiel Morning Pages, da sagt sie drei Seiten, jeden Tag in der Früh. Ich meine drei Seiten sind auch viel. Ich mache das so, okay, wenn eine Seite gut ist, ist eine Seite gut. Wenn es drei wären, auch schön. Aber ich, also ich stehe schon extra da früher auf, extra, und mache das so richtig gezielt und bin da wirklich involviert. Ich bin jetzt bei Woche vier, nach der vierten Woche. Ja, so kann man sagen, so ein Drittel ist hinter mir. Ja, es ist super spannend, was da so für Ideen und so weiter auf einen zukommt. Also mir geht so, diese Routine in der Früh mit dem Schreiben, das tut mir halt sehr gut, es ordnet irgendwie meine Gedanken. Es gibt mir auch so einen guten Push in den Tag. Und ja, ich bin da immer sehr, sehr gespannt, was dann da alles so dabei rauskommt. Und ich habe auch schon jetzt ein paar Ideen, die kommen in einem nächsten Video, die ich davon mitnehmen werde. Also das ist jetzt so Part One. Ich bin noch so ein bisschen in dieser Euphorie, ich mache jede Übung und so weiter. Es ist teilweise halt sehr interessant, was da so für Gedanken auf einen zukommen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch was wie bei allen. Man muss dranbleiben, Routine entwickeln, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, Montag, Sonntag, Montag, Sonntag. Also das ist so, dass man halt entwickeln will. Und ich habe mir auch ein paar so Feedbacks und so weiter von anderen über dieses Buch angeschaut. Am Anfang nennt sie halt so dieses, also sie spricht sehr oft mit dem Wort Gott. Und da kommen wir auch so zu einer Sache, wo ich sage, also nicht gleich in die Übungen reinspringen, sondern lest es wirklich die Anfangsgeschichten auch. Weil sie erklärt das auch, dass man auch Göttin sagen kann oder spirituelle Energie und so weiter. Also ich bin jetzt nicht sehr esoterisch, aber sie versucht halt so die innere kreative Energie sozusagen aus einem heraus zu locken. Sie benennt das halt mit Gott. Also ja, ich hatte damit auch am Anfang irgendwie so ein bisschen Probleme, weil ich mir gedacht habe, oh, das ist so ein christliches Verständnis davon. Aber das war's, also das ist überhaupt nicht damit gemeint. Und ja, was ich auch noch sagen möchte, diese Affirmationen, das kommt auch in dem Buch ganz gut rüber, niemals negative Ausdrücke verwenden. Also immer nur positiv konnotierte Sachen, also nicht sagen, weil das Gehirn kann nicht nein, versteht nein nicht. Und negative Dinge, also nicht alles, es gibt keine Probleme, weil da ist Probleme drinnen, sondern zum Beispiel alles ist gelöst. Und alles ist gelöst zum Beispiel. So mache ich das. Was denkt ihr davon? Sollten Kreative auch von Zeit zu Zeit sich mal so ein bisschen anders mit ihrer Kreativität beschäftigen? Vielleicht bringt das ja auch ganz neue Wege, ganz neue Ideen, ganz neue kreative Inputs. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Stay tuned. Abonniert den Kanal, schreibt mir, fragt mich alles. Ich bin so neugierig. Also los geht's. Sagt mir, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr das Buch schon gemacht, findet es auch blöd. Also ich bin super offen, wie ihr das seht. Schreibt mir oder kommentiert oder abonniert. Und ich freue mich, euch in einem zweiten Teil zu sehen, wenn ich das Buch dann durch habe, noch mein Resümee. Ich wünsche euch eine super schöne Restwoche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wo ihr gerade seid. Und bis bald. Ciao.